Der Paddel ist der stärkste Wassen-Sport in Europa und wir, zusammen mit der Cupra, glauben wir, dass wir einen grossen Macher in der Schweiz können. Was ich sehr liebe über diesen Sport ist, ist, dass es nur vier Personen spielt. Das ist ein Sport sehr lustig und das ist wirklich das, was mir in der Paddel gefällt. Cupra ist unser mein Sponsor hier in der Halle und ich glaube, das Konzept von Cupra mit Menschen und Emotionen sind das gleiche, was wir brauchen, wenn wir in einem gewissen Turnier machen. Für mich ist das wichtigste, wenn ich in dieser Tourneur organisiert habe, ist natürlich, dass wir in der Möglichkeit gewinnen und gewinnen, aber es ist natürlich auch, dass wir in der Lage sind, dass wir viel Spaß haben. Ich hoffe, dass es der erste Paddel-Cup von vielen und eine lange Jahre mit Cupra ist.